Moritz hat der Gebotssack und auch unsere kleinen Bärenbrüder und Schwestern dürfen natürlich vom leckeren Kugeln nach schon mal gucken, ob die den Teller hoch finden. Okay Freunde, bedient euch, lasst euch schmecken. Hey, André. Hau ab. Wir lassen ihn noch ein bisschen fressen, ich glaube den schmeckt sie auch richtig gut, übrigens den Kuchen, den hat der André gemacht. Danke André. Haut rein Freunde. Kommt mal, das machen wir noch ein bisschen von den leckeren Bananen. Danke.